Heute geht es um das Thema Oberfräsen, Kopierringe für Oberfräsen und da habe ich zwei Tipps für euch. Es gab schon mal ein Video zum Thema Kopierringe und Bündigfräser von mir. Es ist schon eine Weile her, aber das Video ist immer noch aktuell, was sein Thema angeht. Ich verlinke euch das einfach mal. Wenn ihr also nicht wisst, ob Bündigfräser oder Kopierringe und wie das mit den Kopierringen im Allgemeinen funktioniert, dann schaut euch einfach mal dieses verlinkte Video an. Heute habe ich zwei Tipps für euch zum Thema Kopierringe und da geht es auch um das Thema Zentrieren von Kopierringen. Das aber später. Zunächst mal habe ich ein schönes Kopierringsystem für euch, das auf nahezu alle Oberfräsen passt. Wenn ihr euch eine Oberfräse kauft, ist da meistens ein Kopierring dabei. Beim Hersteller könnt ihr dann weitere Kopierringen nachkaufen. Bei Billigfräsen wird das schon mal schwierig, aber bei den Markenherstellern ist das in der Regel kein Problem. Jetzt ist es aber so, dass diese Kopierringe nicht untereinander kompatibel sind. Das heißt, ihr könnt keinen Kopierring von einer D-Walt-Maschine auf eine Festhüllmaschine packen. Sogar innerhalb der Hersteller sind die oft nicht kompatibel. Da gibt es bei großen Fräsen oftmals andere Kopierringe als bei kleinen. Und das ist natürlich blöd, wenn man mehrere Fräsen benutzt. Jetzt kann man sich natürlich ganz viele verschiedene Kopierringe kaufen. Schwierig wird das Ganze dann, wenn ihr bestimmte Fräsgeräte benutzt, wie beispielsweise Zinkenfräsgerät. Da braucht ihr dann vielleicht ein Kopierring mit einem ganz speziellen Durchmesser, damit das passt. Wenn ihr den für eure Oberfräse nicht bekommt, ist es schon wieder blöd. Dann müsst ihr mit Adapterplatten arbeiten und hoffen, dass der Anbieter der Adapterplatte den passenden Kopierring hat. Also alles nicht so einfach. Jetzt gibt es aber von der Firma Lee Adapter. Die Firma Lee ist ein Hersteller von Zinkenfräsgeräten und anderen Fräsgeräten und die wollen natürlich ihre Geräte verkaufen. Und da macht es natürlich Sinn, wenn jeder Anwender den passenden Kopierring für seine Fräse kaufen kann und die Geräte der Firma Lee dann nutzen kann. Also bietet die Firma Lee Adapter an für die unterschiedlichsten Oberfräsen. Hier zum Beispiel für diese D-Walt hier oder hier für die Festol OF 1400. in die dann diese sogenannten Porter Cable Hülsen passen, die in den USA sehr verbreitet sind. Die Firma Lee verwendet genau dieses System. Das könnt ihr euch also zunutze machen. Ihr besorgt euch für eure Oberfräse oder eure Oberfräsen den passenden Lee Adapter. Die sind gar nicht mal so teuer. Und dann könnt ihr diese sogenannten Porter Cable Hülsen benutzen. Hier habe ich mal so einen Satz, den habe ich irgendwann bei Exminster mal bestellt. Der ist jetzt metrisch. Ihr bekommt auch welche in Zoll. Die könnt ihr auch hierzulande bestellen. Schaut mal nach Katsu Kopierringen oder verwendet die englischen Suchbegriffe mit Porter Cable zusammen. Also da findet ihr in diversen Online Shops ganz unterschiedliche Angebote in Zoll und in metrisch. Diese Ringe hier, die passen jetzt in diese Lee Adapter rein. werden hier mit so einem Ring, so einer Überwurfmutter dann befestigt. Und da kommt ihr für relativ wenig Geld an ganz viele unterschiedlich große Kopierringe. So schön wie sich das Ganze auch anhört, es gibt einen Nachteil. Und den seht ihr hier. Das ist zum einen diese Überwurfmutter hier, die innen übersteht. Das wird hier dann so montiert. Die habt ihr beim normalen Kopierring nicht. Da ist hier alles eben. Das kostet also schon mal je nach Bauart eurer Fräse etwas Eintauchtiefe. Problematisch wird das Ganze nochmal, wenn ihr eine Fräse habt mit einer sehr großen Überwurfmutter. Ich habe hier mal die Überwurfmutter der Dewalt Fräse. Die passt hier gut rein. Die hat hier noch ein bisschen Platz. Kann natürlich nicht tiefer, weil der Ring zu klein ist. Bei der Festool Fräse wird das schon knapp. Also hier habt ihr, ich habe das mal gemessen, rund um 0,25 Millimeter Luft. Das ist natürlich so ein bisschen Risiko, wenn man dann diese diese Spannzange hier oder diese Überwurfmutter in diesen Ring hier abtaucht und hat nur so wenig Luft. Das kann natürlich dazu kommen, wenn irgendwas nicht 100% zentriert ist, dass da Metall auf Metall reibt. Funken kann es nicht geben, da diese Einsätze hier aus Messing sind. Aber ihr seht hier schon das Problem, das sich ergibt. Also je nach Bauart eurer Fräse verliert ihr einfach an Eintauchtiefe und die ist natürlich beim Schablonenfräsen kostbar. Müsst ihr also selber schauen, ob das mit eurer Fräse funktionieren würde. Das hier ist ein Innendurchmesser von 27 Millimetern. Also ihr solltet euch das System auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Ergänzung für vorhandene Kopieringsysteme. Aber es kann natürlich auch sinnvoll sein, wenn ihr mehrere Oberfräsen habt und nicht für jede Oberfräse denselben Kopierring bekommen könnt oder benutzen wollt. Also für den einen oder anderen vielleicht ganz nett. Es gibt diese Kopieringsets auch mit einem großen Messingadapter dabei. Der fehlt hier in meinem Set, weil ich den mit meiner Makita Oberfräse damals verkauft habe. Und das ist das Spannende. Der passt nämlich genau in die RT 0700 rein. Also wenn ihr eine Makita Oberfräse habt, dann könnt ihr euch den Adapter sparen, wenn ihr ein Set mit diesem großen Messingadapter kauft. Das passt dort wunderbar rein. Habt ihr gar keinen Stress. Und die Kopierhülsen passen auch direkt in den Kopierkorb, also diesen kleinen Kantenfräskorb der Makita rein. Dann zum Thema Zentrieren von Kopierringen. Im Idealfall steht die Fräserachse genau, oder steht der Fräser genau zentriert hier zum Kopierring. Das wird aber meiner Meinung nach total überbewertet. In der Regel ist das überhaupt nicht tragisch, wenn diese Zentrierung nicht hundertprozentig ist. Das sollte nicht irgendwie zwei Millimeter aus der Mitte sein, ganz klar, aber ein, zwei Zehntel stören hier überhaupt nicht. Warum das nicht stört, ist ganz einfach. Denn wenn ihr mit der Oberfräse arbeitet, beispielsweise auf einem Zinkenfräsgerät, dann werdet ihr die Oberfräse dabei ja nicht ständig drehen. Wenn doch seid ihr selbst schuld. Haltet ihr die Oberfräse immer in der gleichen Position beim Fräsen entlang einer Schablone, dann habt ihr eventuell einen Komplettversatz eurer Fräsung im Zehntel-Millimeter-Bereich, aber die Fräsung selbst passt trotzdem noch. Also es gibt nur ganz wenige Fälle, mir ist genau gesagt keiner bekannt, in dem diese perfekte Zentrierung wirklich sein muss. Nochmal, wir reden hier nicht über Abweichungen im Millimeterbereich, sondern im Zehntel-Millimeter-Bereich. Und das sollte eigentlich jeder Hersteller soweit schaffen, dass seine Kopierringe halbwegs zentriert in der Grundplatte sitzen. Bei vielen Fräsen könnt ihr das auch ausrichten. Hier zum Beispiel geht das nicht. Der Kopierring sitzt hier stramm in einer Fräsung drin. Hier bei der UF 1400 kann man auch nicht so einfach den Kopierring ausrichten, zentrieren, da hier diese Aufnahmemechanik drin ist. Das geht irgendwie, muss man glaube ich, das Ganze hier aufmachen und zentrieren, aber so einfach ist das nicht. Aber wie gesagt, es ist auch nicht wirklich notwendig. Dennoch ist es wichtig zu wissen, wie gut diese Hülse zentriert ist. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, das rauszufinden und den zeige ich jetzt mal. Für den Test spannt ihr in eure Oberfräse einen Nutfräser ein, montiert einen Kopierring, ganz egal welchen. Hauptsache der Nutfräser passt durch. Dann braucht ihr irgendein Restholz, in das ihr fräsen könnt. Und ihr braucht ein zweites Brett mit einer absolut geraden Kante, auf der eure Oberfräse laufen kann. Also keine schmale Leiste nur, die würde auch nachgeben, sondern ein etwas breiteres Brett. Das spannt ihr euch hier auf und dann macht ihr Fräsungen. Da reichen ein paar Millimeter Frästiefe. Ihr haltet die Fräse beispielsweise so, macht eine Fräsung, dann dreht ihr die Fräse um 90 Grad, macht eine zweite Fräsung, die in der ersten Fräsung beginnt. Das ist wichtig. Dreht die Fräse nochmal, macht eine dritte Fräsung und wenn ihr wollt, könnt ihr die Fräse noch ein viertes Mal drehen oder ein drittes Mal drehen und macht eine vierte Fräsung. Das Spannende ist dann das Ergebnis dieser Fräsung. Ich habe das bei der Maschine hier noch nicht gemacht, auch bei der Dewalt noch nicht. Ich bin selbst gespannt, wie gut hier der Ring zentriert ist. Ich kenne schon mal ein paar Minuten, die ich mache, dass sie denn es unterschiedlich gibt. Ich nehme eine neue Solche und trage mich. Das ist so schnell. Ich mache das mit ein Scherung. Ich mache das mit ein Scherung. Das ist so schnell. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Ich habe das Ganze zweimal gemacht. Warum, erkläre ich euch gleich. Das ist die Fräsung, die ihr eben gesehen habt. Ich habe jetzt hier zwischen dem ersten Fräsgang und dem zweiten Fräsgang einen Versatz von, ja gut, drei Zehntel Millimetern. Die beiden nächsten Fräsgänge sind fast auf gleicher Ebene, auf gleicher Linie. Das erschien mir dann doch etwas unlogisch, denn wenn der Kopierring versetzt ist, müssten immer zwei Fräsungen in der gleichen Ebene liegen, nicht nur drei und eine. Deswegen habe ich das Ganze nochmal gemacht. Das würde ich euch auch empfehlen, wenn euch irgendwas nicht geheuer vorkommt. Wiederholt den Test einfach. Und hier habe ich jetzt die Fräse nicht nochmal angesetzt, sondern die blieb in der Fräsung. Deswegen hier auch ein paar kleine Brandspuren. Und hier habe ich jetzt folgendes Ergebnis. Die erste Fräsung ist zur zweiten Fräsung etwa 0,1-0,2 Millimeter versetzt. Um das mal zu verdeutlichen. Das Ergebnis der ersten Fräsung war so. Und das Ergebnis der zweiten Fräsung ist jetzt so. Wobei dieser Versatz wirklich nur ganz minimal ist. Ich denke nicht, dass man das überhaupt hier im Video erkennen kann. Fühlbar ist er, aber wie gesagt maximal 0,2 Millimeter. Das würde bedeuten, dieser Kopierring ist minimal außerzentrisch, was aber in der Praxis überhaupt keine Rolle spielen würde. Ein solches Ergebnis wäre bedenklich. Hier sind es gute 3 bis 4 Zehntel, wenn ich das nochmal hier prüfen würde. Und das ist natürlich total unlogisch. Also bei der Festool ist das durchaus annehmbar. Nicht perfekt, dann wäre das hier durchgehend eine Linie, aber dennoch wirklich im Toleranzbereich. Das ist vollkommen okay so. Jetzt mache ich mal den gleichen Test mit der Dewalt. Auch da habe ich den Test noch nicht gemacht und bin gespannt auf das Ergebnis. Auch hier ist das Ergebnis vollkommen okay. Eine kleine Abweichung ist da. Ähnlich wie bei der Festool so etwa 0,1 bis 0,2 Millimeter. Wenn ihr in Geometrie ein bisschen aufgepasst habt, werdet ihr jetzt vielleicht verwirrt sein. Denn das, was ich euch hier an der Fräsung gezeigt habe, passt vielleicht nicht zu dem, was man eigentlich erwarten sollte. Ich habe das hier mal skizziert, wie das eigentlich aussehen sollte. Je nachdem, wie der Versatz am Kopierring, also zwischen Kopierring und Fräser ist. Hier zum Beispiel bei einem einfachen Versatz in eine Richtung, da sollte das Ergebnis eigentlich so aussehen. Das ist der Fräser, das ist der Kopierring. Das wäre jetzt die erste Fräsung, die zweite, die dritte, die vierte. Und ihr seht hier immer den Versatz zur ersten Fräsung. Hier unten das Ganze nochmal mit einem Versatz gleich in zwei Richtungen. Da ist das Ergebnis viel krasser. Also das passt nicht 100% zu dem, was ich hier erklärt habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das, was ich euch hier gezeigt habe, ist eine sehr einfache Variante. Die hat natürlich ein paar Schwächen. Zum Beispiel passiert es natürlich ganz schnell mal, dass man mit der Fräse wackelt. Ihr habt vielleicht irgendwo doch noch eine Unebenheit in der Kante etc. Die Methode, die ich euch hier gezeigt habe, ist im Prinzip ungefähr, aber genau genug. Ihr werdet in diesem zehntel Millimeter Bereich niemals genau den Versatz erkennen, der sich vielleicht zeichnerisch ergeben würde. Wenn ihr das nämlich mal eins zu eins zeichnen würdet, dann wäre der Versatz kaum sichtbar. Das ist das Problem bei dieser Variante hier. Wobei, es ist eigentlich kein Problem, denn wie gesagt, es ist bei weitem genau genug. Ihr könnt diese Fräsungen hier ein bisschen ertasten. Ihr bekommt ein Bild davon, wie genau jetzt die Zentrierung an eurer Fräse ist. Ob das genau genug ist oder nicht. Ob nun am Ende das, was ihr hier ertastet, mit dem zusammenpasst, was theoretisch sein müsste, spielt im Prinzip keine Rolle. Das hier ist bei weitem genau genug. Das sollte euch im Prinzip reichen. Mehr braucht ihr nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt. Das hier ist bei weitem genau genug.